1993 Mary Johnsons einziger Sohn Eines Abends war ich auf einer Party. Die Dinge gerieten außer Kontrolle. Schuss abgefeuert. Ihr 21-jähriger Sohn wurde getötet. Als sie die Nachricht hörte. Ihr Herz war gebrochen und sie wurde ohnmächtig. Drei Tage später. Sie beschuldigten den 16-Jährigen des Mordes. An diesem Tag sagte sie, dass Hass ihr Herz erfüllte. Sie war so wütend, dass sie nachts nicht schlafen konnte. Im Prozess behandelt sie den Mörder ihres Sohnes wie ein Tier. Sie hasst ihn nicht nur. Sie hasst jeden. Mary weiß, dass sie Vergebung braucht. Sie weiß, dass die Wut sie zerstört. Aber das wird sie nicht tun. Sie setzt es Jahr für Jahr ein. Er hat es nicht verdient, es ist nicht richtig. Er hat mich zu sehr verletzt. Solange du Ausreden findest. Tröste dich mit dem, was dir bevorsteht. Es wird dein Leben einschränken. Wenn sie darauf bestehen, nicht zu vergeben. Es schadet niemandem. Das tut dir weh. Wir haben gehört, dass die Zeit alle Wunden heilt. Das mag in gewissem Sinne wahr sein. Aber du kannst den Schmerz nicht begraben. Schuldig. Unsicherheiten und der Gedanke, dass sie verschwinden werden. Dies sind die Giftstoffe, die ihr Leben verschmutzen werden. Mary rennt weiter. Sie möchte sich nicht damit auseinandersetzen. Sie will sich nicht leiden lassen. Schwer zu verzeihen. Aber um frei zu sein. Siehst du, du musst harte Dinge tun. Man muss bereit sein, sich unwohl zu fühlen. Was ich gelernt habe. Ist es nicht so schwierig, wie sie denken? Wenn du aufhörst zu laufen. Wenn sie sich mit etwas befassen, wissen sie, dass es behandelt werden muss. Es wird Gnade geben, Dinge zu tun, die sie noch nie getan haben. Warum denkst du, dass es zu schwierig ist? Du bist noch nicht in diese Gnade eingetreten. Es wird kommen, wenn sie Maßnahmen ergreifen. Einmal. Mary hat die Entscheidung getroffen, die ich von uns verlangt habe. Sie sagte tatsächlich, ich müsse mit dem Laufen aufhören. Ich werde diese Wut nicht zulassen. Dieser Hass ruiniert den Rest meines Lebens. Sie rief im Gefängnis an und fragte, ob sie könnte. Besuchen Sie diesen jungen Mann. Es kostete ihrem Sohn das Leben. Sie waren überrascht. Der junge Mann stimmte widerwillig zu. Es war ihr unangenehm, an diesem Tag hineinzugehen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Sie unterhielten sich zwei Stunden lang. Der junge Mann äußerte sein Bedauern. Als sie ging, fragte er, ob er sie umarmen könne. Wenn sie sich umarmen. Mary sagte, ich sei wütend und hasserfüllt. Er hebt sich von meinen Fußsohlen. Und verlasse meinen Körper. Wie eine Reinigung. Sie spürte, wie etwas Schweres aus ihrem Körper aufstieg. Seit diesem Tag. Sie hatte nie Bitterkeit, Wut oder Feindseligkeit. Wenn du aufhörst zu laufen. Und kümmere dich um die Dinge, von denen du weißt, dass sie dich zurückhalten. Es wird nicht so schwer sein, wie sie denken. Gott wird dir Gnade schenken. Er möchte die Herzen der Menschen vorbereiten. Er wird dir helfen zu vergeben. Verbringen sie ihr Leben nicht mit Laufen. Wovor rennst du? Man muss immer wieder zurück. Und kümmere dich darum, bevor du weitermachst. Wenn wir trösten statt konfrontieren. Alles, was wir tun, ist zu verschieben. Wohin will Gott uns führen? Wir verzögern den Blick auf die nächste Ebene unseres Schicksals. Das ist. Gott wird dich niemals bitten, etwas Schwieriges zu tun. Und gibt ihnen nicht die Möglichkeit, es zu tun. Wenn er dich bittet, etwas Schwieriges zu tun. Gnade ist da, aber man muss hineingehen. Dein Verstand wird sagen, dass du nicht vergeben kannst. Sie haben dich zu sehr verletzt. Du kannst deine Sucht nicht aufgeben. Lerne einfach, damit zu leben. Man kann nichts Großartiges tun. Du fühlst dich unsicher. Du bist unqualifiziert. Glauben sie diesen Lügen nicht. Es gibt nichts mehr, was dem Feind gefallen wird. Anstatt dich dein Leben lang laufen zu lassen. Laufen sie vor Gottes Ruf in ihrem Leben davon. Lauf weg von deiner Angst, lauf weg von deinem Schmerz. Entkomme deiner Vergangenheit. Es ist Zeit, mit dem Laufen aufzuhören. Der einzige Weg raus ist durch. Daran kommt man nicht vorbei. Du kannst es nicht ignorieren, sonst wird es verschwinden. Die Zeit wird es nicht verschwinden lassen. Aber wenn sie es wagen, sich ihr zu stellen, können sie sie erobern. Wenn sie sich ihrem Riesen stellen müssen. Gott wird dir die Kraft geben, zu überwinden. Was wird dich besiegen? Wenn du dein Bestes gibst. Gott wird tun, was du tun kannst. Wenn sie natürliche Dinge tun, wird Gott übernatürliche Dinge tun. Möglicherweise sind sie nicht in der Lage, aus eigener Kraft zu vergeben. Brechen sie die Führungsgewohnheiten ihres Unternehmens ab. Aber du bist nicht allein. Wenn du aufhörst zu laufen. Gott wird eingreifen und dir Kraft geben. Die Fähigkeit zu bevorzugen, die sie noch nie zuvor hatten. Ich wünsche ihnen viel Spaß beim Ansehen dieses Videos. Sie können unten eine Nachricht hinterlassen. Bitte abonnieren sie unbedingt unseren Kanal. Bleiben sie die ganze Woche über inspiriert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.